Hi Mark, dieses Video mache ich nur für dich und zwar weil ich permanent vergesse wie ich diese Autonummerierungsfunktion oder diese Aufzählfunktion bei OpenOffice weiter nicht mehr ausschalten kann oder vergesse wie ich sie ausschalten kann. Also Mark als kleine Gedankenstütze, hier ist sie eingeschaltet, wir sehen es, wenn ich jetzt hier Ender drücke, fängt er an und nummeriert und das nervt mich unwahrscheinlich. Um das auszuschalten gehst du auf Extras, Autokorrektur Optionen, Optionen, Nummerierung anwenden, Häkchen raus bei E, OK, probieren ob es geklappt hat, wunderbar, so will ich es haben. Warum das nicht Standard-Einstellung ist, weiß auch keiner. OK, das war's, tschüss, euer Mark auf YouTube.